Bei der Hochzeit verspricht man sich, ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage unseres Lebens, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber was bleibt übrig von Lieben und Ehren, wenn die Ehe scheitert? Meine Gäste haben auch bei der Trennung die guten Absichten ihres Eheversprechens nicht vergessen und sich freundschaftlich getrennt. Herzlich willkommen, wenn es heute bei mir heißt, glücklich geschieden. Ich habe ihn angefleht, dass er bleibt, erzählt Hubert, die vor 21 Jahren ihre Ehe um jeden Preis retten wollte. Heute ist sie ihrem Ex-Mann für seine Initiative zur Scheidung unendlich dankbar. Harald sagt voller Stolz, dass er jetzt der perfekte Ehemann ist. Dafür bringt er die Erfahrung von drei Ehen mit. Ich habe aus Liebe geheiratet und auch aus Liebe habe ich mich nach 23 Ehejahren scheiden lassen, behauptet Gabriele. Das wird sehr interessant. Daniela erlebte eine Liebe wie im Film, als sie in den Kennedy-Clan einheiratete. Doch Happy Ends gab es keines. Jetzt, sagt sie, die Scheidung hat sich schöner und stärker gemacht. Max wollte nach dem Ende einer 15-jährigen Ehe sicher eines nicht, nämlich nicht mehr heiraten. Doch sagt niemals nie. Und Andrea ist gerade, wie sie sagt, glücklich geschieden worden. Dabei dauerte die Auflösung der Ehe ganze 14 Jahre. Schön, dass ihr alle da seid. Zu einem Thema, das glücklich geschieden heißt. Und ich würde gerne von euch wissen, in einer ersten Runde, was das Wort Scheidung für euch bedeutet. Roberta. Scheidung hat für mich kurz vor, während und kurz nach der Scheidung, war das Wort für Versagen, Schuld, Verzweiflung, Einsamkeit, Aufgeben. Und wenn ich mich heute frage, sage ich, ach Gott sei Dank, was für ein großartiges Instrument, dass es das gibt, dass die Scheidung gibt. Es ist das Beste, was mir überhaupt passieren konnte. Und wie gesagt, ich bin meinem Ex-Mann zutiefst dankbar, dass er sich darum gekümmert hat, dass wir dann auch letztendlich geschieden wurden. Genau. Du wirst uns dann auch genau erklären, wieso, warum und so weiter. Was ist für dich, Harald, Scheidung? Die Scheidung sehe ich so als eine Beendigung von Erfahrung und eine Öffnung für neue Wege. Aus einer Scheidung bringt man immer etwas mit. Ich bin ja öfter geschieden und deshalb kann ich das auch so sagen. Man nimmt immer etwas mit, man hat viel Erfahrung und alles, was man mitnimmt, öffnet sich eine neue Türe und die Erfahrung kann man mitnehmen in die nächste Ehe. Okay. Für dich, Gabriele, Scheidung? Ja, Scheidung und Trennung ist ja immer sehr negativ behaftet. Aber ich habe mich für mich entschieden und dieses Entscheiden für mich, weil ich sage ja, wir sind ja glücklich getrennt, hat für mich dann etwas Positives aus dem Ganzen wieder herausgetragen. Scheidung ist Entscheidung. Genau. Auch ein schönes Wortspiel. Daniela? Mir fehlt nur ein Satz, ein Neuanfang, also ein Wort Neuanfang. Okay. Und der Max? Ja, für mich war es anfangs eine fürchterliche Schande. Ich habe viele Vorfahren, die sind alt geworden und miteinander alt geworden. Ich habe es nicht geschafft, aber ich habe sehr bald gesehen, es war wichtig, es war einfach wichtig, um Befreiung und Erleichterung zu erleben. Okay. Und die Andrea? 14 Jahre gewartet, gell? Ja. Also Scheidung bedeutet für mich definitiv das Ende einer unglücklichen Beziehung, nicht mehr in einer Partnerschaft gefangen, sich gefangen zu fühlen, in der man einfach nicht glücklich ist, sich nicht gesehen fühlt. Und Neubeginn gleichzeitig in eine wirklich bessere Zukunft auch. Okay. Was euch alle vereint oder eint, ist die Tatsache, dass ihr natürlich, wenn es vielleicht nicht im ersten Moment so rosig ist, aber dann doch rückblickend betrachtet glücklich geschieden seid. Hubert, jetzt hast du schon gesagt, es war zu dem Zeitpunkt, als dein Mann die Scheidung wollte, das ist ja doch schon ein paar Jahre her, war das für dich schrecklich. Wie seid ihr denn überhaupt zusammengekommen, beziehungsweise wie war die Beziehung? Wir sind zusammengekommen und ich habe mich in ein Bild verliebt. Ich hatte vorher immer noch chaotische Männer und plötzlich war da ein Mann im Anzug, hatte seine Finanzen im Griff, hat mir die Tür beim Auto aufgemacht. Das kannte ich alles nicht und das fand ich großartig. Ich habe mir gedacht, der muss großartig sein, das muss mein Traumprinz sein. Und dann bin ich sehr schnell schwanger geworden und habe das Kind in der 25. Woche verloren und da war plötzlich ein Mann, der hinter mir gestanden ist, der mich getröstet hat. Und ja, ich kannte das einfach nicht und habe gedacht, das ist der Traummann überhaupt. Und ich bin dann relativ schnell wieder mit meinem Sohn David schwanger geworden und er ist dann schwer herzkrank auf die Welt gekommen. Und wir haben die ersten Jahre, Monate fast nur im Krankenhaus verbracht und er hat eine Lebenserwartung von zwei Jahren prognostiziert. Und da hat sich schnell herausgestellt mit dieser gesamt belastenden Situation, dass wir zwei echt nicht füreinander bestimmt sind. Also er hatte ganz andere Werte, einen ganz anderen Blick. Mein Fokus war natürlich auf mein krankes Kind. Ich bin von Intensivstationen nach Hause gedüst. Und für Partnerschaft oder das, was er sich gewünscht hätte, war natürlich von meiner Seite keine Zeit, keine Kraft mehr. Ich hatte keine Kraft für Partnerschaft. Und wann habt ihr geheiratet? Unser Sohn kam da das erste Mal auf die Normalstation dazwischen. Das war immer so ein Ping-Pong-Spiel. Und es war der erste Tag, wo andere Menschen unseren Sohn auch das erste Mal sehen durften. Und das haben wir so dazwischen gemacht. Also ich kann mich noch gut erinnern, dazwischen bin ich ganz schnell mal einkaufen gegangen. Hauptsache weiß, wie es ausgeschaut hat, war mir egal. Und auch die Hochzeit selbst. Aber es war ein Elend für mich, weil ich wollte eigentlich nur zu meinem Sohn. Aber wir haben es einfach so abgehakt, weil wir es ja geplant hatten. Und wir wussten ja nicht, dass wir ein krankes Kind bekommen werden. Und wir hatten so die Fantasie mit dem Baby im Arm, dann heiraten, groß und glücklich. Und das hat sich halt dann einfach anders gezeigt. Oft ist die Fantasie eben etwas anderes als die Realität. Und rückblickend weißt du heute vielleicht, ja, ich habe ihn nicht gesehen, euch als Paar nicht gesehen. Aber im Moment selber läuft man halt dieser Idee nach, dass das was Gutes werden könnte. Ja, man ist so betriebsblind, unter Anführungszeichen. Und man hat so viele Erwartungen. Also ich denke mir einfach, ich habe so ein Bild gezeichnet und das, was nicht gepasst hat, und habe gedacht, ach, das richtet sich nachher schon. Und ich denke mir, ihm ist es wahrscheinlich nicht unähnlich mit mir gegangen. Und ihr habt nicht viel gesprochen miteinander? Nein, natürlich. Darüber? Nicht wirklich, aber ich muss auch sagen, wenn ein Kind krank auf die Welt kommt und du vorher diese Geschichte miteinander erlebst, dann geht man auch anders miteinander um. Und da geht man vielleicht auch nicht so in die Tiefe. Und wir haben uns in Wirklichkeit nicht gekannt, ja, sondern haben es in beiden, beide sind Bildern nachgelaufen, die dann, das auch schön hätte werden können, aber es hat sich einfach Gott sei Dank, Gott sei Dank, anders entwickelt. Und wie lange wart ihr zusammen? Wir waren dann letztendlich zweieinhalb Jahre zusammen und dann auch schon relativ bald geschieden, beziehungsweise getrennt, weil er Gott sei Dank die Reißleine gezogen hat. Und ich aber für meinen Teil, also ich hätte er noch ewig weitergemacht, weil erstens gesellschaftlich, man lässt sich nicht scheiden, schon gar nicht mit einem behinderten Kind. Meine Mutter hat die schlimmsten Szenarien gesehen, was mit mir werden wird, wie schrecklich das ist, allein als alleinerziehende Mutter. Und auch hatte ich auch das Gefühl, ich bin ohne Vater aufgewachsen und hatte das Gefühl, also jetzt ist er schon krank, alles ist schrecklich, jetzt muss ich doch dafür sorgen, dass er wenigstens eine anständige Familie hat, was aber ein großer Irrtum ist. Also er hat es Gott sei Dank deutlicher und klarer gesehen und auch Gott sei Dank, damals habe ich das nicht so gesehen, also damals war ich wütend enttäuscht, weil er eine andere Frau gefunden hat, aber er hat sich das geholt, was er gebraucht hat. Okay, das ist interessant, weil rückblickend war es für dich gut, die Reißleine gezogen zu haben. Die Andrea hätte ja gerne die Reißleine gezogen und hat ja auch. Ich glaube, nach sieben Jahren oder so wolltest du das erste Mal dich scheiden lassen. Ja. Warum das damals, was ist denn passiert? Also bei mir war das erste Mal, dass ich tatsächlich aufs Bezirksgericht gegangen bin und mir die Scheidungspapiere geholt habe, sieben Jahre nach der Eheschließung. Mit, ja, unsere Kinder waren damals drei und fünf Jahre alt erst. Und ja, ich bin einfach wahnsinnig enttäuscht worden. Das Vertrauen, das ich in meinen Ex-Mann gesteckt hatte, wurde zutiefst verletzt. Ich habe durch Zufall, weil ich gebeten wurde, in einem geschäftlichen E-Mail nachzusehen, entdeckt, dass er sich auf einer bestimmten Plattform angemeldet hatte, wo man meiner Meinung nach als verheirateter Ehemann nichts verloren hat. Und aufgrund dessen war mein Vertrauen wirklich so erschüttert, es hat mich so zutiefst verletzt im Herzen, dass ich gesagt habe, es waren auch vorher schon andere Probleme, die wir zwar gemeinsam bewältigt haben, aber da war immer ich diejenige, die gekämpft hat, die getan hat, die gemacht hat, die ihm versucht hat, ein schönes, glückliches Leben zu bieten. Und es war nie wichtig, ob ich glücklich bin oder nicht. Und es hing immer alles an mir, also egal ob Kindererziehung oder nebenbei Arbeiten etc. Und er war eigentlich nie zu Hause. Also es war für mich eine Ehe auf dem Papier, aber in Wahrheit war nie jemand wirklich als Partner für mich da, mit dem ich über meine Sorgen auch reden hätte können. Also es war nicht wirklich interessant für ihn. So kam es mir vor. Er mag das vielleicht anders gesehen haben. Ich habe es immer wieder versucht, damals auch anzusprechen und auch gesagt, du pass auf, was war das? Was soll das eigentlich? Naja, das war eh nur Spaß. Und ich habe gesagt, na Spaß, als Spaß sehe ich es nicht. Mich hat es zutiefst verletzt. Und ich glaube, damals war schon 2009 dieser Punkt erreicht, wo ich tatsächlich gehen hätte müssen, aber die Kraft auch einerseits nicht aufgebracht habe, eben weil ich zwei kleine Kinder hatte, finanziell sicher auch abhängig war von ihm. Und das war ihm auch all die 14 Jahre, die ich dann im Endeffekt noch gebraucht habe, um dann doch diese Entscheidung endgültig zu treffen und zu sagen, nein, ich liebe ihn noch, aber es bringt einfach nichts mehr weiter, an einer Ehe festzuhalten, nur weil es eben dazugehört und weil die Familie vielleicht eher konservativ eingestellt ist oder weil es in der Gesellschaft so gehört und wenn man von früher aufgewachsen ist, dass man eben verheiratet bleiben sollte. Und das war auch immer mein Wunsch. Aber irgendwann war der Punkt einfach wirklich da, wo ich nicht mehr konnte und wo ich gesehen habe, wenn ich so weitermache wie die letzten 14 Jahre, dann gehe ich Schritt für Schritt kaputt. Und ja, es waren einfach wirklich sehr viele Dinge und es war definitiv die richtige Entscheidung und lang überfällig. Dieses als Frau gesehen zu werden, in den Arm genommen werden, Zärtlichkeiten, das gab es auch nicht wirklich. Selten. Es ist immer weniger geworden irgendwo. Es war für ihn einfach nicht mehr so wichtig. Wir haben eher, also ich hatte immer das Gefühl, wir haben wirklich so nebeneinander hergelebt und ich habe immer versucht, die Kurve so zu bekommen und vorzuschlagen, machen wir doch mal eine Paartherapie, sprechen wir die Probleme an, woran liegt es denn, warum kannst du mir deine Gefühle nicht mehr so zeigen, warum möchtest du mit mir keine Zeit verbringen, warum bist du einfach nie da, wenn ich dich brauchen würde oder warum möchtest du mit uns keine Zeit verbringen, warum ist immer alles andere wichtiger, nur wir nicht. Ja, und das wurde nie gesehen, es wurde immer versucht zu ignorieren. Okay. Ich komme wieder zurück. Max, du hast nach 15 Jahren einen Entschluss gefasst, es war das Begräbnis deines Vaters, wo du das Gefühl hattest, eigentlich will ich nicht mehr verheiratet sein. Warum? Das war damals der Punkt, an dem das begonnen hat, denn ich habe vorher eine sehr schöne Ehe gehabt, wir haben uns sechs Jahre lang gekannt, also wir waren zusammen und nach sechs Jahren ist der erste Sohn zur Welt gekommen, zweieinhalb Jahre drauf, der zweite und es war auch mit den kleinen Kindern dann wunderschön und das Begräbnis meines Vaters, das ist mir erst später klar geworden, sehr viel später, dass das einen Schnitt im Leben bedeutet hat, weil mein Vater war ein sehr ruhiger Mann und auf seine ruhige Art aber sehr dominant und auch meine Frau war auf ihre ruhige Art sehr dominant. So, und dann ist der Vater gestorben und sie hat gesagt, na, da braucht man nicht mitfahren, da kannst du alleine hinfahren und natürlich, unsere Buben waren damals noch ganz klein und die hätten wir sowieso nicht mit ans Grab genommen, aber ich bin ganz alleine am Grab gestanden und auch dazu habe ich ja den gleichen Vornamen wie mein Vater und wie dann mein Vater da das Sarg in die Erde gegangen ist, habe ich gesehen, jetzt bin ich der Max, jetzt darf ich erwachsen werden. Ich war schon 36 Jahre alt, aber ich durfte ab diesem Moment erwachsen werden und mir ist auch klar geworden, dass ich eigentlich sehr alleine bin, auch in meiner schönen Familie und es hat dann eh noch einige Jahre gedauert, bis ich den Schritt wirklich setzen konnte, weil Konvention, das Konservative, was wir gehört haben, das spielt auch in so vielen Ehen eine Rolle und auch bei mir. Ich habe einfach versucht, es zu erhalten, auch obwohl wir in den letzten Jahren nicht einmal miteinander reden konnten. Es ist nur mehr gestritten worden und dann gab es letztlich den Punkt, wo das Ganze in die Brüche gegangen ist. Und um einen Rosenkrieg zu vermeiden, hast du ihr das Haus überlassen, also damit auch die Kinder das Zuhause haben, das sie gewohnt sind und bist gegangen. Ja. Mit wenigstens. Ich habe ihr die Hälfte von unserem Einfamilienhaus, das wir gemeinsam gebaut haben, überlassen. Ich habe ihr auch die Obsorge über die Söhne gegeben, denn ich muss eins sagen, sie hat immer wunderbar auf unsere Söhne geschaut, sie hat die beiden weit nach vorne gebracht, es haben beide studiert, das habe ich dann auch finanziert. Also ich bin ja immer noch drinnen gewesen, obwohl wir praktisch keinen Kontakt mehr haben. Ich war immer noch in der ganzen Geschichte drinnen, denn es ist ja meine Verantwortung, dass aus den Söhnen was wird. Und es ist aus beiden etwas geworden. Das hat sich der Harald auch gedacht bei seinem Kind, gell? Ja. Ich übernehme die Verantwortung für dieses kleine Wesen. Das ist richtig, ja. Das war meine erste Ehe. Und ich habe da jemanden kennengelernt, die war aus Ungarn, also die Frau. Und die habe ich kennengelernt. Und wir haben dann so eine Woche, zwei Wochen miteinander verbracht. Und dann wollte sie eigentlich weiter nach Deutschland ziehen. Und ich habe damals, das war Kapizierung, das war eine kurze Freundschaft, drei Wochen, glaube ich. Und danach kam die drei Monate später wieder und sagt zu mir, ich bin schwanger. Und dann sage ich, ja, aber das, ich meine, ich war vor den Kopf gestoßen, ich denke mal, als junger Mann. Gratuliere schön für dich, was habe ich damit zu tun? Was habe ich damit zu tun? Und dann sagt sie, du bist der Vater, bin ich mir nicht sicher. Wie man es jetzt als 22-Jähriger sagt. Und okay, wir haben das dann, ich habe dann Folgendes gemacht. Sie war aus Ungarn, sie hatte kein Visum in Österreich, sie hatte kein Bleiberecht in Österreich. Damals war noch der Stacheldrahtzaun, wie man so gesagt hat. Und sie musste wieder zurück. Und jetzt war folgende Überlegung, wenn die tatsächlich jetzt von mir schwanger ist und da mein Kind aufwächst, dann geht die auf Kampfer nach Ungarn. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen Folgendes. Ich heirate dich am Papier, weil wenn du ein Kind von mir kriegst, ist das auch legitim. Aber ich sage es gleich dazu, bis die Papiere da sind, bis du die Staatsbürgerschaft hast, bis die Papiere da sind, bis mein Sohn auf der Welt ist, bis das alles geregelt ist. Da habe ich gesagt, bin ich verheiratet mit dir und danach trennen wir uns. Das war quasi ein Deal. Ein Deal. Und die hat auch dem zugestimmt. Die hat dem zugestimmt. Gut, die hatte nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Aber es war ein Deal, mein Sohn ist auf die Welt gekommen. Es hat dann zwei Jahre tatsächlich gedauert, bis die ungarische Staatsbürgerschaft zurückgelegt war und so weiter. Und wie mein Sohn zwei war, kurz nach zwei, habe ich dann gesagt, jetzt geht die Scheidung einreichen. Wir haben uns geschieden. Und dann hat sie gesagt, super, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich mein Leben leben. Und das Kind ist bei mir geblieben. Und jetzt kann ich sagen, er ist 36, hat einen super Job, eine super Ausbildung. Er hat dann auch nach der Schule bei mir gelernt in der Firma, hat Ausbildung gemacht und arbeitet jetzt in einem ganz tollen Job. Und das Verhältnis ist gut? Das Verhältnis ist gut, ja. Er hat jetzt selbst eine Tochter, also eigentlich bin ich Opa. Die wird jetzt in drei Wochen, glaube ich, wird es vier. Und ich muss sagen, rückblickend gesehen war diese Trennung und so, wie ich es gehandhabt habe, eigentlich eine sehr glückliche Trennung, weil ich das Glück hatte, meinen Sohn aufzuziehen und miterleben zu dürfen, wie der wächst, wie das alles kommt. Und was war mit der zweiten? Ui, das war eine andere Geschichte. Das war ein Fehler im Nachhinein gesehen. Aber ich habe eine kennengelernt und die war von der Art her ähnlich wie ich. Und dann hat man gedacht, das ist ein bisschen eine Herausforderung. Es hat sich dann ergeben, dass wir uns dann angefreundet haben und auch zusammen gelebt haben, relativ rasch. Und kurze Zeit später haben wir geheiratet. Aber da muss ich schon sagen, da waren Freunde von mir und das ganze Umfeld mit Schuld, die haben uns dazu gedrängt. Eine theatert. Eine, das war ein richtiges. Also die vergesst nicht. Und das habe ich gemacht, weil ich natürlich überall mitspiele. Aber habt ihr nicht gemeinsam ein Haus renoviert? Ich. Das hängt natürlich auch mit meinem Job zusammen. Ich bin seit 25 Jahren in der mobilen Branche und hatte natürlich einen Zugang. Und dann kam ein Haus, das man sagen kann, pass auf, wir gehen eine Anzahlung, können aber in zehn Jahren sozusagen die Raten an die Eigentümer zahlen, aber wir müssen es selber renovieren. Da habe ich gesagt, super, das schaffen wir, das habe ich. So, habe das gemacht. Wir sind relativ rasch in das Haus gezogen. Ich habe dort damals aus meiner Sicht, also insgesamt eine Million Schilling hat mir gefällt, habe ich dort investiert in die sechs Monate aus meinem Kapital. Und wie ich dort gearbeitet habe im Haus, da hat es gegeben eine Veranda und unten waren die ganzen Leitungen, Wasser, Kanal und Strom. Und ich war gerade dabei, dass ich dort neue Ventile montiere und so weiter. Ich arbeite dort relativ ruhig, die kommt und telefoniert und bringt den Koffer. Und ja, und war das zweite Handy-Leit und ich rufe die zurück und denke mir, okay, die quatscht und quatscht. Ist mir eh wurscht. Und dann höre ich und dann hebt sie ab und sagt, ja, hallo Schatzi. Ich denke mir, mit wem, gut, kann eine Freundin auch sein, nicht? Ja, ja, sicher. Man sagt, es ist eine Freundin auch, Schatzi. Und dann höre ich sie reden und dann auf einmal höre ich zu und denke mir, aha, was hat die mit Graz zu tun? Und wieso redet die mit jemandem, wie wenn die, um zugehe, die ist mit mir verheiratet, kann ich nicht mit einem anderen so reden, nicht? Ja, und das habe ich mir angehört und das war ein eindeutiges Telefonat, wo ich sage, die hat mit ihrem Partner gesprochen. Also mit dem Lava? Mit dem, ja. Ja, du bist ja der Partner, ne? Eigentlich war ich der Ehemann, aber der Partner dürfte er gewesen sein. Ja, und ich habe dann nicht viel gesagt, weil ich mir gedacht habe, da kann noch was anderes dahinterstecken, auch vielleicht, was weiß ich. So, aber natürlich, die Skepsis war schon da. So, und sie ist immer nach Salzburg arbeiten gefahren, offiziell Salzburg. Und ich bin mein Job meistens von Wien bis Graz unterwegs. Und an dem Tag, da hat sie mal bei uns ein bisschen geschnieben, bin ich nach Graz gefahren, fahre auf der Autobahn und plötzlich sehe ich sie vor mir fahren. Zwei Spuren neben, auf der rechten Seite. Ich rufe sie an und sage, na hallo, wie geht's, was tut sie? Sie hebt ab, sagt, ja, das Wetter ist so schirch, es tut schneiden. Und ich sage, na, wo bist du denn gerade? Nein, ich fahre gerade in Salzburg, in der zweite Abfahrt ab und ich muss jetzt da zu dem und zu dem. Und ich fahre hinter ihr und ich sage, das ist das Kennzeichen. Und die telefoniert und die sehe, wie sie redet mit mir. Ich denke, es könnte noch sein, vielleicht hat das Auto hergeborgt, sie fährt mit einem anderen. Bin ich vorbeigefahren, habe ich geschaut, habe ich von rechts rein, na, da sitzt sie und quatscht mit mir. Da zählt man sie, sie ist in Salzburg. In Wahrheit fahrt sie zu ihrer Beziehung nach Graz. Und das hat sich dann so fortgesetzt und ich habe dann die Ehe sozusagen... Also Ende Gelände, ne? Das war dann Ende und ich muss dann sagen, ich habe viel verloren. Ich habe viel gelernt in den acht, neun Monaten, bis sie wieder getrennt war. Ich muss jetzt im Nachhinein, wie ich dann weg war, habe ich gesagt, das ist jetzt super. Das, was ich hier gelernt habe in der Zeit und was ich da mitgemacht habe und den Stress und das alles, wie ich die Türe zugemacht habe, muss ich sagen, ich bin jetzt ein glücklicher Mensch. Ich bin jetzt draußen aus dem und kann nur sagen, ich bin glücklich, geschieden zu sein. Wir werden gleich noch über die Beziehung 3 und 4 reden. Daniela, du hast in den Kennedy-Clan hineingeheiratet. Ja. Welcher Kennedy ist das? Ich habe einen Präsidenten und die kamen ursprünglich aus Irland und da hat es ihm auch immer hingezogen. Er wollte immer nach Irland und alles anschauen in Irland. Wie hat er geheißen, der Ex? John Kennedy. John Kennedy. Und wo hast du ihn kennengelernt? Den habe ich eigentlich kennengelernt am Flughafen in Frankfurt. Da habe ich so einen Modeljob gehabt. Und ja, das haben wir so gesessen. Und er ist ziemlich ruhig und ich bin ja sehr kontaktfreudig. Dann haben wir Telefonnummern ausgetauscht und dann hat er mich, 14 Tage später, hat er gesagt, treffen wir uns in Baden, Baden. Das ist ein ganz edlen, schönen Hotel. Aber dann ist er dann nach einem Monat gekommen mit so vielen Koffer hat er mitgehabt. Ich denke immer, zum zweiten Dating immer, zehn Koffer, was tut denn der? Nach vier Tagen haben wir mir gedacht, wann fährst du wieder? Dann schaut er sich an, wieso soll ich schon wieder fahren? Der ist gekommen, der ist geblieben. Er ist ein Gentleman, er ist super, aber das war schon ein bisschen anstrengend. Und dann wollte ich mit meinen Freundinnen fortgehen und dann hat er gesagt, ah, das sind ja die Wichtigeren. Er ist ziemlich eifersüchtig. Wann war das? In welchem Jahr? 2016. Ja, dann waren wir zwei Jahre zusammen, dann hat er mich geheiratet eben, hat er mich gefragt. Also wir haben, und er ist sehr gläubig, wir haben keinen Sex vor der Ehe gehabt. Und dann habt ihr geheiratet und dann habt ihr, wo habt ihr dann gelebt? In Amerika? Ja, in Amerika, weil ich habe gesagt, er mag ja nur in den Hotels wohnen. Er ist das nicht gewohnt, er will nicht runter. Wenn so ein Fernseher kaputt ist, möchte er anrufen und sagen, der Fernseher ist kaputt. Und da habe ich gesagt, das geht bei mir nicht, ich bin Künstlerin, ich brauche ein Atelier, ich brauche was zu malen. Es muss schon ein Haus sein. Und dann haben wir ein Haus gemietet, ja, da war er eh nicht glücklich in dem Haus. Und dann haben wir es nach drei Monaten wieder aufgegeben. Den ganzen Fernseher, den wir gekauft haben, haben wir wieder weggeschmissen einfach. Alles haben wir weggeschmissen, das kenne ich nicht, das Weggeschmeißen. Ich bin da eher normal aufgewachsen, also ich schmeiß nichts weg. Und seid ihr wieder ins Hotel gezogen? Ja, sind wir wieder ins Hotel gezogen. Dann wollen wir nach Irland Häusern aussuchen und ich mag Irland nicht so gerne zum Wohnen. Dann haben wir zehn Häusern angeschaut, ein Mühekerhaus, das war ja damals nicht gewusst. Dann haben wir gesagt, nein, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Dann haben wir auch zum Streiten angefangen, weil mir nichts gefällt, dir passt nichts und so. Dann waren wir am Flughafen in Irland und dann sagt er, wann sehen wir uns wieder? Nein, und dann sage ich, in drei Jahren oder so. Und da war er bei Leer und genauso war es. Na gut, aber das sagt man ja nicht zum Ehemann. Nein, aber da war es auch der Streiter. Er ist mal irgendwie auf die Nerven gegangen. Das kann er, das kann er. Und dann kam das Mail mit, ich mag nicht mehr, ich liebe dich oder so. Ja, und dann hat er sich mir mehr zurückgezogen und dann kam ein E-Mail. Also das hat mir wirklich den Boden weggezogen. Und zur Ehe funktioniert nicht, sie muss zu einem Ende kommen. Nein, ich kann ja gar nicht erzählen. Da fang ich gleich zum Reha noch. Ja. Okay. Ja. Nein, ich kann es nicht sagen. Ui, ui. Also er liebt dich noch, aber es ist ein Leben mit, nicht ohne einander. Er wünscht mir alles Gute. Er ist Künstlerin. Und er liebt mich und er wird mich immer lieben. Und der Ehe muss zu Ende kommen und auf Wiedersehen oder so. Ja. Und ich habe immer einen Schock nur Ja zurückgeschrieben. Es tut ihm noch immer weh. Und ihr seid jetzt quasi geschieden, aber nach amerikanischem Recht. Nein, so ist das. Also die Schei, dann bin ich ja hingeflogen eben. Jetzt gehen wir wieder vor. Ja. Nach dem Brief bin ich dann hingeflogen, weil er gesagt hat, ich soll herfliegen. Und dann gesagt, geh ja nicht hin, die nehmen dich zum Frühstück, fliegt da ja nicht hin. Und die haben gesagt, wir werden uns schon wieder, weißt du, verliebt, wir werden uns schon wieder ausreden. Dann kommt er mich abholen mit so einer langen Luxuslimousine. Sag ich zu ihm, so fährst du nicht, ich. Ich so, ja, er ist so nervös. Und sag, schwindeliger Typ fahren, wie ein Horror, was heißt er, mit Sonnenbrillen, mit schwarzen. Wie sagt man zu den Filmen? Nicht Horrorfilmen, wie sagt man zu den Mafiafilmen. Ja, ja. Das ist ja sehr ein bisschen Horror. Dann habe ich vorher noch gesagt, wenn ich ankomme, möchte ich meine Ruhe, weil ich bin mir. Weil wir müssen in Sietla noch vier Stunden warten. Wir sind jetzt von Österreich, weil das ist in Wendt, in Oregon. Ich möchte, ja, und hin und her, ja. Ja, und alles wird zu meinem Vorteil sein, es wird so super werden alles. Und ja, und ich habe mir gedacht, wir werden uns wieder versöhnen, weil wir reden normal, aber wir haben nichts geredet. Steige ich aus dem Hotel aus, springt links und rechts zwei Männer raus mit wahrscheinlich Scheidungspapiere. Ich habe geschrien, ich habe die zerfetzt. Es hat Scheidungspapiere geregnet. Ich habe geschrien. Die Rezeptionistin ist davongelaufen. Was ist denn, hat sie gedacht, oh Gott, das wird wieder auf. Nein, und so nicht. Dann hat er noch ein Bild von mir mitgebracht. Dann habe ich ihn so geboxt, auf die Brust. Ich habe gesagt, wir sind wie Frauen, das hat wehgetan. Ich bin ja nicht ins Gesicht, ich bin ja nicht, aber gewalttätig bin ich nicht. Aber ein bisschen schschschschschschschschsch. Verzweifelt. Ja, verzweifelt, ja. Ich habe gesagt, ich möchte auch Ruhe haben. Und so, was soll ich das, da hinten auszuspringen? Der hat dich nach Amerika gelockt. der Herr Kennedy und dass du die Scheidungspapiere unterschreibst. Ja und dann... Sag ich nur ganz kurz, wie war denn die Hochzeit? War das so groß im Kennedy-Clan? Nein, die Hochzeit war ja schön in San Francisco im schönen Fünf-Sterne-Jodela-Meer. Aber die ganze Familie? Nein, die haben nur... die haben keine Freude mit mir gehabt wahrscheinlich. Also die waren nicht alle dort bei der Hochzeit? Nein, die waren nicht da. Also im kleinen Kreis. Der hat mir immer gesagt, was zeigst du, der unsere Jubiläse, weil er auf die Range gefahren ist und dann hat er mir gesagt, zeig die Range. Das war ja nur Pferde und Dings. So zeigst du dir das? Also die haben mich nie so akzeptiert. Viele kennen dich ja auch als Begleiterin von unserem hochgeschätzten Baumeister Lugner. Du warst ja in seinem Zoo. Ja genau. Wer warst du? Elefantenbaby. Du warst das Elefantenbaby? Nein. Sehr, 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 sehr. Hat mir nicht gefallen. Liebevoll. Aber es ist wurscht, ich hab noch einen kleinen Song draus gemacht. Okay. Im Nachhinein sehe ich das, wie der zu mir Elefantenbaby sagt. Und ich habe damals, da war ich gerade mit der Unterscheidung, mit dem Stress mit Jono, da war ich wirklich dick. Und da hab ich eine Nose gehabt. Ich hab wirklich ausgesucht wie ein Elefantenbaby. Aber Elefantenbabys sind süß. Dann sag ich ihm zum Richard, sag ich jetzt, du, jetzt pass es nicht. Mach schon, jetzt hab ich abgekommen. Ja, hat er gesagt. Für ein Elefantenbaby hast du immer noch gemacht. Die nächste wieder drauf. Was mach ich mit? Das ist auch nicht nett, oder? Wir haben jetzt viele Geschichten gehört. Also mit Scheidung mehr oder weniger glücklich. Wir werden noch Haralds 3 und 4 gleich hören. Und nichts ist so wie Gabrieles eigentlich glückliche 23-jährige Ehe. Dort hat eigentlich alles passt. Richtig. Also nach außen hin und auch nach innen hin. Und du wolltest trotzdem die Scheidung. Genau. Warum? Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, warum. Ja, also wir haben wirklich eine Musterehe gehabt, was man sich alles so wünscht und vorstellt. Und wir haben drei wunderbare Kinder. Mittlerweile eine Enkeltochter. Wunderbar. Und wir waren beruflich erfolgreich. Wir haben Urlaube gemacht. Alles, was man sich irgendwie nur vorstellen kann, haben wir gehabt. Und das war wirklich, es war wunderbar. Und jetzt im Nachhinein gesehen, ich würde nichts missen und würde auch nichts anders machen. Aber im Laufe der Zeit war so diese Frage, ja, ist das jetzt alles? Also, ich hab beruflich überall alles, was man erreichen kann, war ich so an einem Punkt, wo ich mir dachte hab, okay, was kommt jetzt noch? Das kann ja nicht alles gewesen sein. Was ist jetzt wirklich so dieser Sinn des Lebens? Wo geht's noch hin bei mir? Ja, und das waren so diese Grundgedanken. Und hab mich dann persönlich auch immer wieder weiterentwickelt. Und hab mich dann gefragt, steht's jetzt hier an oder kann's jetzt irgendwo jetzt bei einem Punkt noch weitergehen, wo ich mir gedacht hab, es kommt auch für mich noch etwas. Ich hab so das Gefühl gehabt, ich bin leer, ich funktionier, es passt alles und es hat ja auch alles gepasst, aber trotzdem hat mir etwas gefehlt. Und ich wusste aber, wenn ich in dieser Ehe bleibe, wenn ich auf diesem Wohnort bleibe, wenn ich in diesem Beruf bleibe, kann ich nicht weitergehen. Ja, somit war für mich der Punkt, ich muss jetzt das alles ändern. Ich muss das jetzt auch alles hinter mir lassen, damit ich wieder neu anfangen kann. Damit ich für mich meinen Sinn finden kann. Ja, und das war dann so eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das hättest du nicht machen können innerhalb der Ehe? Nein, das wäre nicht gegangen, weil wir beruflich erstens einmal so verwickelt gewesen waren, Wir waren auch in der Ehe, haben wir nach 23 Jahren, man sagt also quasi, es war irgendwie die Luft draußen. Und es war auch so der Punkt, wo ich gewusst habe, ich kann mich nicht weiterentwickeln und ich kann mich in dieser Ehe nicht mehr weiterentwickeln. Wir haben ja gesprochen miteinander, wir waren gut miteinander, wir waren Freunde. Es hat auch keiner verstanden, warum wir auseinander gehen. Aber ich habe gewusst, dass diese Ehe nicht mehr weitergeht. Und du hattest aber auch niemanden anderen? Nein, nein, nein. Dass du dich verliebt hättest? Nein, 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 nein. Das war ja diese Frage. Und jeder hat gesagt, irgendjemand muss jetzt irgendjemanden haben. Und das war mir ja auch immer so wichtig, dass ich aus der Ehe auseinander gehe, ohne dass es zu einem Rosenkrieg kommt, ohne dass irgendjemand einen anderen hat betrügt. Und wir haben eine wunderbare Ehe geführt, wir haben ein Vertrauen gehabt, wir haben alles geteilt. Das war, wie man sagt, was man sich nur wünschen kann und wie man es sich wünschen kann, war das eigentlich so. So haben wir das gelebt und das hat auch keiner verstanden. Der Richter hat gesagt beim Scheiden, wollt ihr euch wirklich scheiden lassen? Andrea, kannst du es nachvollziehen? Viele Frauen sitzen jetzt vielleicht zu Hause und denken sich, wenn sie alles hat, eine glückliche Beziehung, gesunde Kinder, es ist alles wunderbar, dann geht man doch nicht. In gewisser Weise kann ich es doch natürlich auch verstehen. Obwohl ich mir so eine Ehe gewünschen hätte, dann wäre ich schon wahnsinnig glücklich gewesen. Aber ich kann doch den Punkt verstehen, dass man einfach einmal auch nicht nur funktionieren möchte, als Frau und Mutter, sondern dass man auch sagt, ich entwickle mich ja auch in einer Beziehung immer weiter. Und wenn man dann drauf kommt, es fehlt einem etwas, jetzt nicht am Partner, aber einfach, man ist selber an einem Punkt angelangt, wo man nicht mit sich selber zufrieden ist, wo man gerade steht, dann finde ich es auch toll und mutig. War das auch, du hast ja auch begonnen, dich anderweitig auch ausbilden zu lassen. Du hast etwas ganz Neues für dich gefunden. Ich habe dann noch studiert, jetzt in späten Jahren, habe Gesundheitswissenschaften studiert und habe dann den Sinn des Lebens aufgrund dessen Studiums und dessen, sagen wir einmal so, was in dem Bereich alles angeboten wurde, erstens einmal für mich gefunden und herausgefunden, dass das gebraucht wird, damit alle wirklich auch dorthin wieder glücklich sein können. Und da gehört weder irgendein Haus noch irgendwelche materiellen Dinge dazu. Es gibt viel, viel Tieferes, wo jeder Mensch hinstrebt. Und du hast dich getrennt, quasi in einer Zeit, wo ihr euch beide noch in die Augen schauen konntet und euch, weil du sagst, der Richter, jeder hat gesagt, jetzt wollt ihr euch hier wirklich trennen. Ihr habt euch ja noch im Lieben getrennt, kann man sagen. Weil wenn du dich wirklich noch weiter weg entwickelt hättest, dann wäre vielleicht da viel Abstand zwischen euch gewesen und vielleicht auch Antipathie oder Groll. Das gab es ja alles. Genau, also wir haben ja zum Beispiel, wir haben uns am 22. Dezember, haben wir uns scheiden lassen. Wir haben um 24. noch in der Familie miteinander gefeiert. Um 25. noch den Geburtstag unseres Sohnes miteinander gefeiert. Und um 26. haben wir dann öffentlich gesagt, dass wir uns scheiden haben lassen. Also es war uns wichtig, dass wirklich... Was haben die Leute gesagt? Die waren fertig, oder? Die waren fertig, ja. Weil es hat ja viele gegeben, die haben immer irgendeinen Schuldigen gesucht. Es hat viele gegeben, die haben immer gesagt, wer ist jetzt schuld von euch zwar? Und es gibt keinen neuen Partner? Jetzt, oder? Ja, jetzt? Also jetzt habe ich keinen neuen Partner. Und er? Und er, also soweit ich es jetzt von gestern noch weiß, auch nicht. Aber dazwischen gab es wie neun an seiner Seite. Genau, genau. An seiner Seite und auch an meiner Seite. Wie ging es dir dann, als er eine neue hatte kurz? Also es war schon so, wie er das erste Mal eine neue Partnerin an seiner Seite hatte, da spürte ich erst so diese emotionale Trennung. Man darf ja nicht vergessen, wir waren also 23 Jahre verheiratet, aber 25 Jahre ein Paar. Und wir waren uns immer treu. Also ich bin ja zu 100 Prozent von meinem jetzigen Ex-Mann überzeugt. Also wir waren wirklich immer ehrlich. Und das macht natürlich dann schon was mit der Zeit, wo man sagt, okay, jetzt ist eine neue Partnerin an seiner Seite. Es wird natürlich auch mit ihm was gemacht haben, wie ich einen neuen Partner hatte. Aber das ist schon so dieses, okay, jetzt ist da eine neue Frau. Dann ist das schon dann, das war's dann. Genau. Und das war für mich dann so erst die richtige Trennung. Harald, was war mit Nummer drei? Also die Nummer drei war eine Ehe aus Liebe. Wir haben aus Liebe geheiratet. Wir haben uns kennengelernt und eigentlich nach relativ kurzer Zeit, weil ich will ja nicht lange warten, geheiratet. Ein Jahr, nachdem ich geheiratet habe, die Ehe Nummer zwei. Das war im September und im September drauf habe ich dann die Ehe Nummer drei gehabt. September ist schön zum Heiraten, ist herrlich vom Wetter her und so. Und wir haben aus Liebe geheiratet, wir waren auch zusammen, wir haben auch einiges geschaffen zusammen und ein super familiärer Typ. Nur bei uns war es halt so, dass durch meinen Job und durch mein, wie soll ich sagen, ich war sehr viel unterwegs, sie war sehr viel unterwegs in ihrem Job und wir haben uns nach sechs, sieben Jahren, acht Jahren auseinander gelebt. Wir waren verheiratet, haben aber noch zusammen verheiratet, haben aber schon die meiste Zeit getrennt, gelebt. Das war eigentlich nichts Böses. Wenn wir uns heute sehen, wir verstehen uns sehr gut. Wir waren auch bei der Scheidung endlich. Wir sind hingegangen und haben gesagt, wir haben ihn entscheiden lassen. Er hat gesagt, ja, warum und was zu geben. Da gibt es nichts zum Aufteilen. Hat ja eh das eins und das ist auch erledigt. Wo müssen wir unterschreiben? Und sind dann essen gegangen miteinander. Das war eigentlich relativ gut. Ich muss ehrlich sagen, diese Ehe, die war schon eine Leerehe in Sachen Liebe. Schade eigentlich, ne? Ja, eigentlich schade. Wobei eigentlich nicht schade, sonst hättest du Nummer vier nicht in dein Leben getreten. Nämlich im wahrsten Sinne des Wortes, die ist um die Ecken gekommen. Also, was soll ich sagen? Aber du verliebst dich scheinbar schon schnell, oder? Naja, nein, nein. Also die Ehe Nummer drei, die war eine Liebe. Die war Liebe, ja. Die zwei, da haben sie mir eingeredet. Ja. Die erste war eine Vereinbarung. Also, eigentlich ist es so. Du hast alles abgedeckt. Ja, genau. Ich muss so sagen. Ich habe jetzt eine längere Lehrzeit gehabt, damit ich dann für die letzte perfekt bin. Ja. Also. Wie ist dir die um die Ecken gebogen? Also, das... Wortwörtlich. Also, du hast sie gesehen und du wusstest, das ist sie. Nein, mir hat einer angeschrieben und angerufen. Wie gesagt, durch meinen Job. Und da habe ich eine E-Mail gekriegt. Also, es wird die Anfragen kommen und dann reagiere ich darauf und sage, sie muss jetzt sofort, sie braucht eine Wohnung mit dir und der Größe. Die muss aber sofort beziehbar sein. Und ich schaue dann nach und denke mir, das ist schwierig, wer kann morgen einziehen. Dann habe ich zwei Wohnungen gefunden und habe angerufen und gesagt, ja, wir können uns das anschauen. Wann hast Zeit. Und habe gesagt, ich komme gleich. Das war relativ rasch. Und dann bin ich halt hingefahren zu der Adresse und habe gewartet. Ich stehe dort mit dem Schlüssel, ich warte vor dem Haus. Vor allem kommt die um die Ecken und denke mir, die kenne ich. Mit der war ich schon zusammen. Aber nicht in dem Leben. Was? Ja. Ja. Denk mir, das gibt es ja nicht. Das gibt es. Ja. Das ist meine Frau. Ja. Das gibt es. Ja. Und die kommt um die Ecke. Komplett. Jetzt muss man sich vorstellen, die hat gerade Trennung. Die hat ein Haus neu gebaut. Das ist gerade im Verkauf gewesen. Die hat auch eine gemeinsame Studie mit ihrem Partner gehabt. Und das ist auch im Verkauf. Also alles ist da flöten gegangen. Die Partnerschaft. Und sie musste weg, weil das Haus verkauft dann ist. Und sie klar ausziehen musste. Also relativ rasch. Und hat eigentlich alles zurückgelassen. Ja. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Also ich habe mich da richtig reinfühlen können. Und habe dann gesagt, pass auf, ich kann dir das anbieten. Und wie ich mit dir besichtigt habe, die Wohnung. Sag ich, du, ich habe noch eine zweite. Zeig dir eine zweite. Alternativ. Such dir es dann aus. Und bei der zweiten Besichtigung haben wir dann gedacht. Ich habe so ein innerliches Gefühl bekommen. Ich bin total heiß geworden. Und denke mir, wenn ich dir jetzt sage, dass wir heiraten. Das springt beim Fenster aus. Ich rede davon. Aber das war wirklich. Also das Gefühl war dann, denke mir, das ist wie mein Zwilling. Das ist meine Seelenverwandte. War das für Sie auch so? Nein, in dem Moment nicht. Okay. Was hat Sie gesagt? Gar nichts. Ich habe nichts gesagt darüber. Das war ja alles. Das habe ich ja geheim gehalten. Wahrscheinlich gar nicht so unklug. Mit der bist du verheiratet? Mit der bin ich verheiratet. Bleibst? Ja, das bleibt. Sicher? Ja. Bist du schon verheiratet? Wie lange? 21.08.21. Aha. Das ist ein Datum. Ich habe gesagt, bitte mach ein Datum, was ich mir merke. Damit ich nicht verwirrt bin dann. Sehr gut. Ah, da ist ja fesch. Aber ich muss ehrlich sagen, es war dann, damals war es ja nicht so. Und dann das Problem war, ich war solo. Also ich war alleine damals. Und ich habe dann, ich habe die Wohnung dann vermietet. Wir haben einen Mietvertrag gemacht, ganz einmal. Und dann habe ich geschrieben, vielleicht hast du mal Zeit auf einen Kaffee, wenn du ein bisschen weniger Stress hast und so. Und ich schreibe ja dann, keine Antwort. Schreibe ich noch fünf Tage noch einmal. Keine Antwort. Ich denke, das gibt es ja nicht. Normal, dass zumindest irgendwas zurückkommt. Ich denke, ich schreibe da nicht wochenlang. Und dann hatte ich Termine für mein Wochenende geplant. Und zwei Tage vorher habe ich noch einmal geschrieben. Ich habe gedacht, eigentlich will ich gar nicht, aber es ist ja wurscht. Einmal schreibe ich noch. So, dann habe ich noch einmal geschrieben. Dann habe ich mein Wochenende geplant. Und genau wie ich gebe ich. Kommts, ich habe heute Zeit. Denk mir, nein, das gibt es ja wohl nicht. Ich meine, ich habe, das ist ja alles so. Jetzt habe ich halt das, dann haben wir gedacht, nein, die Chance nutze ich. Na klar. Haben wir mit ihr getroffen. Ja, und aus dem Treffen. Hast du sie überzeugt? Nein, es ist dann so gekommen, dass wir uns eigentlich wirklich von Haus aus gleich verstanden haben. Also ich war ja ungezwungen. Sie hat ja dieses Paket sozusagen. Und ja, innerhalb kurzer Zeit ist sie dann bei mir eingezogen. Aber wenn es passt. Ja, passt. Dann passt. Weil das hat ja der Max auch so erlebt. Man kennt dich ja vielleicht, wenn man so wie viele Tausende, Hunderttausende Menschen ein Fan von Liebesgeschichten und Heiratssachen ist. Ja. Dann kennt man dich ja vielleicht, die Damenwelt. Also du warst ja dort und hast gesucht. Ja. Und dann kamen auch, ich weiß nicht, fast 500 Briefe. Ja. Interessierte Damen. Ja. Und du hast da 40 angeschaut? Na ja, es war so, es ist ja zuerst gleich eine Begegnung gewesen, die mir sehr gut getan hat. Mit der Dame bin ich auch zusammengekommen. Aber sie hat mir dann also nach drei Monaten, was sie eigentlich vorher wissen hätte können, auf einmal eröffnet. Ihr verstorbener Lebenspartner ist der einzige Mann, den sie jemals lieben konnte. Und, Hammer-Aussage, den sie jemals lieben wird. Ja. Und das ist dann auseinandergegangen. Ist ja auch weiter nichts. Nach drei Monaten tut es noch nicht so weh. Aber dann habe ich das gemacht, was ich eigentlich schon im August damals machen hätte sollen oder können. Alle einmal durchgeschaut und habe an die 40 Kontakte gehabt. Ja, also das ist ein recht interessantes Jahr gewesen. Aber wenn man das so geballt macht mit 40 Kontakten in einem Jahr, dann ist man irgendwann erschöpft. Und ich war nach einem Jahr am 16. August 20, war ich wirklich einfach emotional am Ende. Ich war flach. Ich war absolut flach. Und dann war der Geburtstag von meinem Patenkind. Ich habe zwei entzückende Mädeln, vier und sechs Jahre alt, als Patenkinder. Und da hat mich die Oma von dem Patenkind gefragt, du, hast du jetzt wen gefunden? Da sage ich, nein. Und ich höre jetzt auf. Ich gehre halt zu denen, die niemanden finden. Und sie hat gesagt, du, aber da hat da eine Dame geschrieben, das ist die beste Freundin von meiner Cousine. Und ich habe im Augenblick gewusst, wer das ist. Ich habe im Augenblick das Bild vor Augen gehabt, weil die war schon in meinem Portfolio drinnen sozusagen, aber halt zu weit hinten. Die habe ich noch nicht angesprochen. Vielleicht hätte ich sie irgendwann später mal angesprochen, das weiß der Himmel. Aber so habe ich mir gedacht, naja, der Himmel, der hat vielleicht dieses Zeichen geschickt. Und ich habe ihr ein E-Mail geschrieben und wir sind zusammengekommen. Und ihr seid verlobt. Wir sind verlobt, ja. Das heißt, sag niemals nie. Sag niemals nie. Dürfen wir nicht sagen. Du wirst wieder heiraten. Ja, ich werde wieder heiraten. Was hat dich denn sicher gemacht? Mich hat sicher gemacht beim ersten Treffen, wie wir so eine viertel, halbe Stunde miteinander geplaudert haben, dass wir unheimliche Nähe haben, dass wir uns sehr gut verstehen. Und wesentlich im Vergleich zu vorher sozusagen oder jetzt abstimmend mit den anderen Begegnungen. Sie hat von Anfang an mich so genommen, wie ich bin. Sie hat nicht versucht, mich irgendwie anders zu machen oder mich irgendwie anders zu sehen. Ich habe wirklich so dieses schöne Gefühl gehabt, die lässt mich so sein, wie ich bin. Ich lasse ja auch die Partnerin so sein, wie sie sein möchte. Und alles andere passt auch, ne? Alles andere passt auch, ja. Sehr gut sogar. Schau. Schau. Also 499 Frauen weinen, weil du die eine gefunden hast. Das ist schon schön, ne? Der Schritt ins Fernsehen, der war richtig. Ich kann es nur jedem empfehlen. Dort findet man eine Menge Menschen, die auf einen zugehen wollen. Und das war es ja auch. Das war das Wesentliche. Vor allem, und man weiß auch als interessierter Mensch, wie lebt er oder sie, was hat er oder sie für Hobbys. Das ist schon nicht schlecht, ne? Dort weiß man, man erwartet nichts Schlimmes, wenn man schon weiß, wie das Umfeld ist. Andrea, du hast aus der Vergangenheit ein bisschen gefischt, gell? Also lieber gehe ich auf das zurück, was ich kenne. Ich denke einfach, es war, weiß ich nicht, das ist Bestimmung, glaube ich, ja. Also mittlerweile denke ich, alles passiert aus einem gewissen Grund. Und bei mir ist es eben so, ja, es gibt jemanden, den ich aus der Vergangenheit, aus meiner Kindheit eigentlich, aus meiner Schulzeit wieder getroffen habe. Und er ist mein Tanzpartner geworden, weil ihm das Tanzen immer Spaß gemacht hat. Und mir ist es während meiner Ehe immer abgegangen. Und wir gehen eben jetzt regelmäßig Buggy tanzen und haben einfach sehr viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Und ja, schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Aus dem Daraus könnte mehr werden? Ja, aus dem Tanzpartner könnte definitiv mehr werden. Genau. Weil, wie du heute gesehen hast, sind die zweiten Versuche oder die vierten mitunter sogar glücklicher als die ersten. Huberta, du bist ja jetzt auch mega happy. Mega glücklich. Und noch einmal Danke an meinen Ex-Mann, weil sonst hätte ich diese Ehe nicht und die funktioniert schon seit sehr geraumer Zeit. Und ich muss dazu sagen, als die Scheidung, als ich sie hinter mich hatte, ich war finanziell in einem Ausnahmezustand mit einem chronisch kranken Kind. Mein Geld ist hineingeflossen in die Therapien für meinen Sohn und ich habe oft mal nicht gewusst, wie ich den nächsten Einkauf stemme. Und ich muss dazu sagen, damals hatte ich keine netten Gedanken für meinen Ex-Mann, als ich mittendrin war. Und als ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, habe ich gesagt, einen sage ich dir gleich. Also meinen Sohn wirst du nie kennenlernen, weil ich brauche nie wieder einen Mann. Es gibt so Dinge, die ich ganz nett finde, aber mehr brauche ich nicht von dir. Und er hat gesagt, das ist wunderbar, ich bin auch frisch getrennt, ich will auch nicht mehr von dir. Und es hat darin geändert, dass wir beide täglich telefoniert haben, uns gut getan haben und aber von Anfang an uns so gezeigt haben, wie wir sind. Und wir hatten keinerlei Erwartungen aneinander. Und ich glaube, das ist das Geheimrezept, dass man, oder für mich war es und auch für ihn, einfach keine Erwartungen zu haben. Der hat genau gewusst, wann ich zickig bin, der hat genau gewusst, wann ich gut drauf bin, was man alles machen kann mit mir. Und ich wollte auch nie wieder ein Kind, auch das habe ich erfolgreich nicht geschafft, Gott sei Dank. Und es ist, all das wäre nicht passiert. Hätte mein Mann sich nicht für eine andere entschieden, wäre diesen Weg nicht gegangen, hat er mich nicht dazu gezwungen. Schaut ein bisschen aus wie der Karajan, so ein bisschen der Mann. Ja, das ist meine Familie. Das ist mein Sohn, der David, der mittlerweile 24 Jahre alt ist, eben wie gesagt Lebenserwartung von zwei Jahren, also bitte nicht immer alles glauben. Großartig. Ich habe meine Tochter, die Paula, wo ich mir nie gedacht habe, ich werde es jemals wieder schaffen, nochmal ein Kind zu kriegen. Nicht deshalb, weil ich kein Kind haben wollte, sondern weil ich, ich habe immer gesagt, ich habe nicht nochmal die Kraft für Intensivstationen. Ich habe nicht mehr die Kraft, um das Leben meines Kindes zu kämpfen. Und was für ein Geschenk es ist, auch ein gesundes Kind zu haben. Also mein Sohn ist auch das größte Geschenk. Aber diese Erfahrung machen zu können und das auch noch mit einem Partner, der... Dein Sohn ist ja wahnsinnig erfolgreich. Er schreibt ja, hat etliche Literaturpreise bekommen. Er hat ein Buch veröffentlicht und man muss dazu sagen, meinem Sohn hat die Gesellschaft alles abgesprochen. Er hat immer an den Defiziten gemessen, weil er immer hat 10% Seerest auf einem Auge, an der anderen sieht er auch hell, dunkel. Und ich hätte mir nie gedacht, dass der jemals allein durch Wien fährt, weil der war früher mit Fahrtendienst. Der fährt jetzt allein zwischen der Fruchta an mit WhatsApp-Film und sagt, Mama, wo bin ich jetzt gerade? Und er sagt, mhm, könnt mir vorstellen, du bist da und kriegt alles gut hin. Also es ist großartig und ich bin so glücklich, dass ich zu meinem Glück gezwungen wurde, nämlich für die Scheidung. Und ist es nie zu spät zu gehen? Also sollte man... Es ist nie zu spät, nie. Also auch mit, weiß ich nicht, 60, 70, 80 kann man sich noch scheiden lassen und das Leben... Ich habe eine Glättin, die so alt ist und sich scheiden hat lassen. Und die ist... Boah! Also die wäre noch verfügbar und die will auch... Schick sie her! Ja, genau. Ich glaube, ich weiß, in welche Sendung ich sie schicke, weil sie hat die Kraft, um 400 Anfragen zu bewältigen. Und will die Gabriele auch wieder heiraten? Oder... Natürlich, wenn es sich ja gibt, ja. Also ich möchte die Ehe nicht schlechtreden, ganz im Gegenteil. Das hat ja bei mir wunderbar und lang gehalten. Und eine Ehe ist im Prinzip... Ja, warum nicht? Ich habe Zeiten versucht, dann wird es noch länger klappen, ja? Ja. Du bist der Beständige. Schau mal. Meine Lieben, ich bedanke mich für euer Kommen. Ich wünsche alles Gute, auch weiterhin viel Glück. Die Scheidungsrate in Österreich liegt bei circa 50 Prozent. Das bedeutet, dass fast jede zweite Ehe hierzulande geschieden wird. Doch wie wir heute gehört haben, gibt es nach jeder Talfahrt einen klaren Schnitt. Und dann geht es wieder bergauf. Und diesen Neustart, den wünsche ich Ihnen auch, wenn Sie in so einer Situation stecken. Alles Gute und danke fürs Zuschauen. Wollen auch Sie mir Ihre ganz persönliche Geschichte erzählen? Dann rufen Sie uns doch an. Meine Redaktion ist immer für Sie da. lijk-disch-disch-disch.